Erstmal finde ich es schon mal super, dass der nicht künstlich mit irgendwelchen hochdeutschen, deutlich gesprochenen, theaterartigen Aussprachen daherkommt. Das geht mir bei deutschen Synchronisierungen, aber auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern oft super auf den Wecker. Ich finde es schon mal gut, dass das so war, dass man sich da reinhören soll. Meiner Meinung nach hätte man sogar die Untertitel weglassen können, aber viele Leute verstehen das dann eventuell nicht. Ich habe dann erst hinterher herausgefunden, warum das überhaupt in so einer Region gesetzt wurde, wo das so sprachlich irgendwelche Besonderheiten hat. Ich habe nämlich gar nicht gerafft, dass der Film, ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Ich fand den Film einfach, ich dachte zuerst, ach, das ist vielleicht ein Horrorfilm, weil er schon direkt einem das Herz so zusammendrückt, von Anfang an. Und dann dachte ich so, vielleicht ist das doch irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine Art kleine lebensgeschichtliches Schlaglicht und so. Aber erst als der Film vorbei war, wurde überhaupt eingeblendet, worum es überhaupt geht. Ich mag das nicht, wenn man vorher was über den Film weiß. Ich hasse das, sich vorher über den Film Infos reinzuholen. Ich kann es nicht leiden. Und das war natürlich der Mega-Burner. Also sozusagen mein letzter Eindruck war, dass ich dann so, ah, jetzt verstehe ich überhaupt erst, warum, also wie die überhaupt dazu gekommen sind. Der Film hätte auch so super funktioniert, ohne dass die kleine Erklärung am Ende gekommen wäre. Aber Wahnsinn. Und halt super creepy. Ich finde es gut, ich finde es auch gut, dass die, dass, oder ich fand schon während des Films, während des Guckens, fand ich super, dass alle vernünftig dastehen. Also es gibt nicht diese Lächer, dieses lächerliche, comichafte Gut und Böse oder sonst irgendwas, sondern es stehen eigentlich alle gut da. Also alle handeln in ihrem Handlungsspielraum total vernünftig. Keiner ist dumm oder ein Arschloch oder böse oder so, sondern die sind halt so, wie sie in ihrem Handlungsraum sind. Das finde ich total angenehm. Weil ich kann das nicht leiden, wenn der Gute den Bösen immer auf die Glocke haut und dann ist alles schön. Und dann so, wow, was soll das bedeuten? Warum ist der Gute eigentlich gut? Glitzernde Sumpfblütenperlen, wie das, was da gerade kam. Leider erfährst du davon ja kaum was, im Normalfall. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass mir Menschen das dann ins Herz legen. Da habe ich schon viele tolle Filme gesehen. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn es mal den Mega-Hype gibt. Ich dachte so, ganz am Anfang dachte ich, das geht so ein bisschen in eine Blair Witch-Richtung vielleicht. Also dass da vielleicht noch jetzt irgendwas, wie soll ich sagen, filmisch Übernatürliches passiert. Also ich meine, diese ganze religiöse Vorstellung und psychische Erkrankungen und so, die halten natürlich auch manche Menschen für was Übernatürliches oder außerhalb ihrer Kräfte stehendes. Aber darauf lief es ja gar nicht hinaus. Aber ich hätte auch nichts dagegen, gegen irgendwas, was du jetzt vielleicht Folkhorror nennen würdest oder sowas. Also das ist mir egal. Das darf dann auch auf einmal, das gibt es ja neuerdings auch, dass dann auf einmal Creature-Horror auf einmal da mitten rein stürzt, wie bei Man oder so. Dann so, hä? Wo kommt denn das jetzt her? Also das stört mich überhaupt nicht. Oder was ich auch sehr gut hier fand in dem Film, das war ja eigentlich teilweise so ganz moderne, wie soll man sagen, eigentlich auch jetzt in den Theaterbereich hinein schwappende Effekte, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann, ist das überhaupt ein Effekt? Zum Beispiel dieses Durchtrennen der Haut oder hat die Schauspielerin das wirklich gemacht? Weil neuerdings so machen die Schauspieler und Schauspielerinnen das ja wirklich. Es hat ja angefangen mit sexuellen Dingen, also mit Porno und so weiter, dass sie dann echt Geschlechtsverkehr hatten. Und jetzt spätestens seit der Theateraufführung, die aus Wien kam und jetzt in Stuttgart gerade läuft, sieht man ja, dass die Schauspielerinnen, besonders Frauen eben, das dann auch wirklich machen. Ja, das hing natürlich immer vom jeweiligen Kenntnisstand ab im ländlichen Bereich. Also ich finde, das Gute an dem Film ist, dass sie da nicht allzu sehr auf Echtheit Wert gelegt haben, sondern ganz klar auch bildlich in den fantastischen Bildern, auch vom Ton her auch. Also Bild und Ton sind ja wirklich der Hammer, wirklich Wahnsinn. Da haben sie das einfach märchenhaft gemacht. Also die Geräusche sind halt so überdeutlich und klar, aber passen auch immer genau zu dem, was da passiert. Die Musik ist super zurückhaltend eingesetzt, aber wenn sie kommt, super geil. Die Bilder sind halt absolut wie so, also eigentlich so fast schon wie 8K, aber nicht mit diesem kontrastreich Überstarken, sondern so schön mild, die Farbgebung auch total geil. Und das bezieht sich dann eben auch auf die Inhalte, wie bei dem Bader oder bei sowas. Das haben sie dann einfach in so ein märchenhaftes Setting gesetzt. Also zum Beispiel die echten Bader, die kenne ich auch noch aus dem süddeutschen Raum oder Grenze Österreich-Bayern oder wie auch immer du das da verorten willst. Der echte Fall spielt ja eigentlich in Baden-Württemberg. Da war das so, dass sie halt das gemacht haben, was sie kannten. Zum Beispiel das Schröpfen, man sieht ja da Blutegel in dem Film. Oft wurden aber auch Schröpfköpfe eingesetzt, so heiß gemachte Glaskugeln mit so einem kleinen Schnitt im Körper. Das gab es zum Beispiel. Und die haben auch Zähne gerissen teilweise, wenn du folle Zähne hattest. Das waren im Endeffekt ziemlich schmerzhafte Sachen auch. Also eigentlich schmerzhafte Sachen, nicht wie man sich ein Badehaus jetzt heutzutage vorstellt. Ja genau, ich finde das aber gut, dass sie das so gemacht haben. Also ich finde es super, super geil, dass das total märchenhaft ist. Eigentlich wie so ein Grimm-Märchen von den Gebrüdern Grimm. Also was auch schauerlich ist und so weiter. Und was sich dann durch die Weitererzählung verändert. Und ich finde das total gut, dass wenn du heute hörst, ein Bader ist jemand, der so eine Art Badehaus hat oder so, dann finde ich das total geil, dass die das so gemacht haben. Also anstatt naheliegend wäre jetzt gewesen zu sagen, oh, wir machen es wie auf einem Mittelalter-Festival und stellen da so eine Art in der Hälfte durchgeschnittenen Bier oder Weinfass da hin und so weiter und machen da so ein Folklore-Ding draus. Aber nee, die haben das mit diesem sensationellen Set da gemacht von diesem Bader, der ja auch überhaupt keine Rolle spielt. Der taucht ja jetzt auch nicht irgendwie auf und ist jetzt irgendwie der knuffige Typ oder die Frau, die alte, weise, hexenartige Kräuterfrau oder der super schlaue oder zauselige oder halbverrückte Arzt, Halbarzt oder sowas, Friseur, der auch Zähne reißen kann und heil kann. Nee, also die haben das einfach, die haben einfach alles zusammengeschmolzen. Also 2024 bis, sagen wir mal, von 1524 bis 2024 und haben da dieses großartige Set draus gemacht. Total gut. Also ich habe den Artikel sofort, der poppt als erstes auf. Also danach, nachdem der Film zu Ende war, wie gesagt, hatte ich ja diesen Aha-Moment und dann habe ich das sofort gegoogelt. Der Artikel von der Casey Stewart poppt dann auch als erstes auf, sofort bei Google. Den kann man sich dann auch über einen kleinen Trick runterladen, einen legalen, einen legalen. Und ich habe den dann komplett durchgelesen gestern Abend noch oder gestern Nacht und sie legt das sehr, sehr gut dar. Also sie kennt auch die ganzen deutschsprachigen Quellen. Die zitiert sie auch sehr ausführlich oder hat sie gelesen und sind im Quellenverzeichnis drin und zitiert sie auch richtig. Ich habe es dann nachgeprüft. Ich habe auch die Quellen selber, so gut ich die aufrufen konnte, aufgerufen. Also das hat sich sehr überzeugend dargelegt, dass das Hunderte von Fällen sind, die durch diese religiöse Umgehung des Problems stattfinden. Und ich muss sagen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich bin in Bayern geboren und an der österreichischen Grenze. Wie gesagt, der echte Fall spielt ja im benachbarten Bundesland, aber es geht ja nur um diese ländliche Zurückgezogenheit mit der starken religiösen Überfärbung. Also ich bin alt genug, um mir das noch absolut vorstellen zu können, dass wenn du da wirklich mitten im Wald bist, so wie sie das ja auch dargestellt haben, in dieser, wo du nur so ein paar Nachbarn kennst, die so deine Bezugspunkte sind und das aber auch oft schief geht, diese persönlichen Bezüge schief gehen, super viel unausgesprochen ist. Und da schwingt ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gewollt war oder nicht, aber da schwingt ja auch noch so eine homosexuelle Hintergrundgeschichte noch ein bisschen mit dem einen Nachbarn und dem Ehemann von der Frau, die dann später diese Tötung da durchführt, die zweite Tötung. Und ich kann mir das absolut vorstellen, dass das ein total sinnvoller Ausweg war, weil die Leute hatten, ich kannte die noch, die hatten die absolute Angst vor der Hölle und das sagt die Hauptdarstellerfigur ja auch. Und ich habe das heute noch, wenn ich Fälle habe, gibt es das immer noch, dass superreligiöse Menschen eine mörderische Angst vor der Hölle haben, die gehen kaputt da dran. Da haben wir nach wie vor Fälle damit. Und dann ist das halt sinnvoll, das auf die Art zu umgehen. Das wurde in dem Film auch schön gezeigt. Ich meine, dass Menschen ja nur ein Mittel für irgendwas sind, ein Gefäß für irgendwas sind, für göttlichen Willen, also zum Kinderkriegen oder eben halt, um als kleine Engel zu sterben, das Zitat aus dem Film, als sie den Jungen umbringt, ist ja ein echtes historisches Zitat von dem echten Fall. Das hat sie ja selber so gesagt, die Täterin damals, dass das Kind unschuldig ist und deswegen sozusagen als Engel stirbt und dass das dann auch eigentlich nicht so schlimm ist. Und das, nee, nee, das kann ich mir absolut genauso vorstellen. Das ergibt totalen Sinn und es reicht sogar noch in meine Erlebenswelt rein. Nee, die Darstellung mit dem Umgang mit den, mit den selbst, sich selbst getötet haben, das war ein bisschen anders, kenne ich auch noch. Also meine Mutter hat das noch erlebt aus dem tiefsten Bayern, dass die, die wurden dann außerhalb der Friedhofsmauer vergraben. In dem Originalartikel von der Casey Stewart ist es auch so, dass das gut geklärt ist. Also das ist wirklich eine filmische Darstellung, die ich aber sehr, sehr, sehr gut finde, dass sie ihn da so hinlegen. Ich weiß auch gar nicht, wie der Schautfühler das gemacht hat, der da liegt auf diesem Feld. Das hat der wirklich super gemacht. Normalerweise sehen die Leichen wirklich sehr, also Schauspieler und Schauspielerinnen können keine Leichen spielen, können die einfach nicht, weil irgendwie, ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine vernünftige Leichendarstellung gesehen habe von dem Schauspieler. Und ich finde es aber eigentlich in diesem märchenhaften Rahmen, in dem der Film gestellt ist, finde ich das perfekt, weil dieses Verscharren, das kannst du eigentlich gar nicht so richtig darstellen, weil die eigentliche Entwürdigung fand ja so statt, dass man sozusagen gesagt hat, okay, wir wollen jetzt der ganzen Familie nicht allzu viel Schande übers Haupt gießen, weil wir müssen mit denen ja noch irgendwie zum Beispiel in dem Film Fische fangen, Wäsche waschen oder sonst irgendwas. Also wir müssen uns ja irgendwie noch halbwegs in die Augen gucken können, weil wir dieselben Ressourcen nutzen, dasselbe Wasser oder so oder denselben Wald. Aber deswegen hat man das meistens so gelöst. Es ist aber im Originalartikel sehr, sehr, sehr gut dargestellt, wie auch die Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten und Protestantinnen und Katholiken stattgefunden hat, weil Luther hat dann nämlich gesagt, okay, es könnte sein, dass die Suizidenten und Suizidentinnen, wenn die das aus einer psychischen Krankheit heraus machen, wie hier in dem Film, dass man dann, dass die sozusagen nicht den Handlungsspielraum hatten, sondern der Teufel war das. Aber das dürfen wir der Öffentlichkeit nicht sagen, weil sonst ermuntern wir die Leute zu Selbsttötungen. Also das war Luthers Standpunkt, der eben dann auch in einem wissenschaftlichen Artikel dargestellt ist. Und da siehst du schon dran, dass die sich da filmisch eine aber sehr, sehr gute und vernünftige und clevere Freiheit genommen haben und dann die Leiche einfach da so hingelegt haben. Das finde ich aber gut, weil das Schutzlose, das Sozialschutzlose wird dadurch bildlich. Du siehst halt, dass die ganze Familie und die tote Person, wenn du so willst, religiös, spirituell, sozial, kulturell und wenn du willst, auch politisch hilflos gemacht wurden. Und das finde ich gut. Der liegt halt auf dem Rücken da mit so ansatzweise verdrehten Gliedern und diesen Augen, die noch offen sind, dann so einen Kreis da drin haben. Also das ist, das finde ich viel besser als dieses mit der Schaufel irgendwie würdelos in der Erde buddeln oder so. Das würde gar nicht das Problem richtig darstellen, während hier wurde das richtig dargestellt. Also da muss man unterscheiden. Also bei Suicide by Proxy, das steht auch in einem wissenschaftlichen Artikel, da war das so, dass die nicht gefoltert werden brauchten, weil die sowieso das sofort zugegeben haben. Das war ja der ganze Sinn der Sache. Das haben die auch schön in dem Film dargestellt. Da gehen die ja immer an diese Burg, wo man nicht weiß, was das sein soll, der Knaze oder die Staatsanwaltschaft oder was und sagen dann halt, ich habe was zu gestehen. Deswegen war das so, wie gesagt, ist auch wissenschaftlich untersucht, dass die sowieso nicht gefoltert werden brauchten. Das brauchte man nicht. In dem Film habe ich das so aufgefasst, dass das Abschneiden der Zehen, Finger und so weiter, dass das tatsächlich und das Blut, das Austeilen des Blutes, dass das als Glücksbringer nach dem Tod gemacht wurde. Das wirkt auf uns entehrend. Das war aber damals anders, weil sogar die Angehörigen das teilweise selber gefordert haben. Also die wollten ein Stück vom Strick beim Erhängen oder wie gesagt, Finger oder sowas oder Wäsche von den Personen. Also das war eher was sozial Normales. Das ist nicht unbedingt entwürdigend gewesen, sondern eher so, das sieht man auch in einem Film, dass die am Ende so tanzen und feiern. Das hat vielleicht nicht in Wirklichkeit so stattgefunden, aber dass dann sozusagen die Welt wieder in Ordnung ist, dass dann wird aus dem Schlechten, Traurigen wird wieder was Gutes, was in die Gemeinschaft zurückgegeben wird. Dieses Kinderkrieg-Ding, das finde ich sehr doppelschneidig. Es könnte auch ein penisartiger Gegenstand sein. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt unbedingt, oder sagen wir mal so, in der Auflösung, in der ich das sehen konnte, habe ich zuerst daran gedacht, dass das vielleicht irgend so ein penisartiger Gegenstand vielleicht auch sein könnte. Klar, ein Finger kann natürlich sowieso so auch aussehen, aber wäre auch noch möglich. Das wäre dann noch urtümlicher und würde auf eine noch frühere Zeit verweisen, in der das natürlich, oder eigentlich auch heute noch ehrlich gesagt, wo das heute auch noch als Glücksbringer im sexuellen Bereich für Potenz und Kraft stehen könnte, was natürlich wieder interessant ist wegen dem Ehemann, der in dem Film ja so dargestellt ist, als dass der da, aus welchen Gründen auch immer, dass die da nicht zum Geschlechtsverkehr kommen. Also das gab es, aber Folter war grundsätzlich strafrechtlich total normal damals. Also hier in diesem Spezialfall nicht nötig und eventuell auch gar nicht das, was im Film gemeint war, aber das war völlig normal. Also es gab bestimmte Regeln, zum Beispiel im Strafgesetzbuch von Maria Theresia, dem ersten großen niedergeschriebenen Kodex, da steht zum Beispiel drin, dass du mit Kerzen die Leute unter den Achseln brennen kannst, wenn die mit den Armen hoch auf eine Leiter gebunden sind und das galt als total vernünftig und normal. Also weil das konnte man halt dosieren, da konnte man jetzt Folterwerkzeug vorzeugen, eine Kerze halt, brauchst du noch nicht mal Zangen für oder so und dann konnte die Person mehr oder weniger selber entscheiden, ob sie jetzt die Wahrheit sagt oder nicht und wenn nicht, hat sie sie mit einer Kerze oder eben mit einem Bündel Kerzen unter den Achseln gebrannt. Also das war völlig normal. Das steht auch in den Gesetzbüchern drin, das galt auch als fair, muss man dazu sagen. Deswegen haben die Folterer auch immer die Folterwerkzeuge vorgezeigt. Also die haben zum Beispiel gesagt, pass auf, also gerade bei Fingernägeln und so weiter, guck mal, hier ist die Zange, mit der kann ich dir jetzt die Nägel ausreißen, das kannst du dir aber jetzt selbst überlegen, ob du das möchtest oder nicht. Also ich hab da jetzt auch keinen Spaß dran sozusagen, das ist deine Entscheidung. Oder Fingerschrauben, dass die Finger so zusammengedrückt wurden. Vorne haben die auch erst mal gezeigt, haben gesagt, guck mal hier, so sehen die aus. Jetzt musst du selbst überlegen, was du machen willst. Also da musste man jetzt nicht, aus heutiger Sicht denkt man immer, das wäre so nicht einwilligend sadistisch, dass die Henker irgendwie auch die, vielleicht nicht alle Tassen im Schrank hatten oder so, aber das war für die Henker auch ein Scheißjob, weil das galt als unehrenhafter Beruf. Also wer Henker war, war unehrenhaft und hat auch später überhaupt keine Sozialleistung, keine soziale Einbettung in der Gemeinschaft, nichts gehabt. Ich kriege es voll. Jaja, nee, nee, das war ein scheiß, richtiger Scheißberuf und deswegen haben die auch oft Bücher geschrieben hinterher, damit sie noch ein bisschen Geld verdient haben, was wiederum gut für uns ist, weil deswegen haben wir viele Berichte aus der Zeit. Ja, interessanterweise ist das meiste, was sehr, sehr drastisch wirkt jetzt auf jüngere Menschen, die den Film sehen, ist überhaupt nicht überzeichnet und drastisch und unrealistisch. Also die haben, also gerade auch der Halsschnitt, den man da sieht, das ist völlig normal, das wird bis heute gemacht in allen Schlachthäusern auf dem Planeten Erde und der Madenbefall war sehr gut dargestellt und zwar, was normalerweise bei Horrorfilmen jetzt so ist, wenn überhaupt, dann kaufen die sich irgendwelche Angelmaden oder sowas und kippen die einfach drüber oder bei manchen Filmen nehmen sie auch irgendwelche Insekten, die sie irgendwo sich besorgen und lassen sie darauf rumkrabbeln, dass bei Purpurote Flüsse zum Beispiel ist das so in der Eingangsszene Teil 2, glaube ich, da krabbeln dann irgendwelche Tiere rum, die überhaupt nichts mit Leichen zu tun haben, also Mehlwürmer oder so, also das haben die hier schon wesentlich besser gemacht, auch viel, ich finde, sehr dezent. Also die Verletzung an dem Schaf ist das, glaube ich, oder der Ziege, die ist sehr, sehr gut dargestellt, ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben, ich will es auch gar nicht wissen, weil das soll deren magisches Märchengeheimnis bleiben, aber das, so sieht das aus, genau so sieht das aus, wenn die, besonders wenn Dasselfliegen an die Tiere drangehen oder eben auch eine Verletzung vorhanden war, wo Schmeißfliegenlarven drangehen, also das haben die super gemacht und das Töten der Tiere war das, oder ist auch heute noch tatsächlich, hauptsächlich bei Hasen und so, ist tatsächlich noch üblich, weil man dann sagt, okay, bevor das jetzt schlimmer wird, verwerten wir jetzt das, was wir aus dem Tier machen können, Eingeweide essen, Fleisch essen, das Fell verwerten, hat man ja im Film auch gesehen und da müssen wir jetzt einfach, so wie alle in dem Film, müssen wir halt so handeln, wie es jetzt gerade vernünftig ist, wir haben halt keine beliebig großen Ressourcen, müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben, nee, das ist alles gut dargestellt gewesen und das kann auch sehr schnell gehen, also sowohl bei den lebenden Tieren, wie man das bei diesem angeblichen Nutztier, wie man das heute ja nennt, so gemacht haben oder bei den Leichen auch, da können die Erwachsenen, Schwangeren fliegen, sofort hinfliegen und Eier ablegen, also das war alles gut gemacht, bei der älteren Leiche, also bei der ersten Mörderin, die dann da schon in Fäulnis übergeht, haben die das durch die Tonung sozusagen, also durch die Farbwerte, die sie dem ganzen Bild da geben und dann durch die Darstellung von dem Prop sozusagen, also von dem abgetrennten Kopf, haben die das super gemacht, also das, also da gibt es jetzt nichts zu meckern sozusagen aus sachlicher Sicht, würde ich eh nicht machen, aber haben die, haben die, haben die so gemacht, dass das auch, also das hat für mich das nicht gebrochen, also manchmal gibt es halt in so Filmen, gibt es so Brüche, wo man denkt so, mein Gott ey, ich sage jetzt nichts, aber das ist jetzt echt, das ist jetzt echt so off, aber da haben die genau den richtigen Ton getroffen, das sozusagen vorsichtig einzusetzen, ich weiß, das wirkt drastisch und übertrieben für manche jüngere Zuschauer, aber genau so war das früher und genau das hat man auch gesehen früher oder auch heute noch, wenn du in ländlichen oder ärmlichen Bereichen bist. Ja, also ich fand das eben auch, also ich fand das halt sehr realistisch ausgeschaut und wie du sagst, in vielen Filmen, das ist einfach eben einfach immer so ein bisschen der Side-Ding, wo man sich denkt, ja okay, das lasse ich jetzt einfach mal irgendwie da so liegen. Ich kann aber, ich kann mal zwei Reality-Check-Sachen sagen, die jetzt nicht den Film bestören. Also das eine ist, das Blut spritzt nicht oben aus dem Hals raus, also wenn du geköpft wirst, dann spritzt er zumindest nicht mehr so, in so groß Fontänen das Blut raus, oder was heißt Fontänen, aber also nicht mehr so hoch, wie sie das dann zeigen, weil das Herz relativ schnell still steht, allerdings ist es auch nicht völlig abwegig, weil natürlich kann man sagen, okay, man sieht ja eh nur ein oder zwei Herzschläge, die könnten natürlich noch stattfinden, also es passt eigentlich und natürlich der Wald. Also damals sahen die Wälder natürlich anders aus, allerdings muss man fairerweise sagen, sie sagen ja nicht, wann es passiert. Also im Film wird ja nicht erzählt, wann es passiert ist, das kriegt man ja erst hinterher raus, wenn gezeigt wird, auf welchen Fall sich das bezieht und wenn du dann recherchierst, wann das gewesen sein soll. Aber ich meine, gut, sie konnten jetzt schlecht einen Wald aus der damaligen Zeit recreaten, aber das wären auch schon die beiden einzigen Sachen, die so einem Reality-Check, wo man mal drüber reden würde, aber ich finde das langweilig, who cares, also das ist durch die Bilder supergeil ausgeglichen, mehr geht nicht. Also wenn du den Film als Horrorfilm sehen möchtest, was ja problemlos geht, also den könnte man problemlos auf jedem Fantasy-Film-Festival, Horrorfilm-Festival überall laufen lassen, das wäre überhaupt kein Problem. Sogar als Feature-Film, also den könnte man sogar ankündigen, so European, weiß ich nicht, Nouveau-Horror oder sowas. Also das würde super gehen, weil er auch so schön langsam erzählt ist, also wirklich, mehr geht einfach nicht. Also, bei mir hat das angefangen nach 10 Sekunden, also weil das Setting, du merkst sofort, hier stimmt was nicht. Also diese Klammer ums Herz, von der ich vorhin kurz geredet habe, die hat bei mir sofort eingesetzt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, hier geht alles schief. Und wie es dann schief geht, ist natürlich super gemacht. Also zum Beispiel, dass sie die Locations, also diese alte Kirche da gefunden haben und ich meine, wir, also wenn du jetzt wie ich in so einer christlichen Umgebung aufgewachsen bist, ich war auch Mestin am Kloster und so, ne? Wir können das bewerten und sagen dann so, naja, okay, die Kirche, weiß ich nicht, könnte vielleicht ein bisschen anders damals ausgesehen haben, wenn sie damals gemacht hat. Aber die haben das halt durch diesen Glaskasten mit dem Baby sehr, sehr gut gelöst. Dann auch dieses klassische Puppen zerschmelzen, das ist ja auch so ein klassischer Horrorfilmeffekt und so. Aber vor allen Dingen durch die Stimmung haben die das gut gemacht. Ich kenne eigentlich nur ein Beispiel, was überhaupt nur ansatzweise in diese Liga kommen würde, wie bei dem Film, was so das, was so, sagen wir mal, den Stimmungs, Musik, Farbwert und Erzählhorror so schnell entwickelt. Anders als zum Beispiel bei Blair Witch, wo dann natürlich weiß, okay, die idiotischen, die idiotischen Leute sollen nicht in den Wald gehen. Das weiß jeder, man soll nicht in den Wald gehen, der Wald ist gefährlich. Aber die leben ja sowieso im Wald hier in diesem Film. Das ist ja eine völlig andere, völlig andere Idee. Jetzt habe ich den Faden verloren. Habe ich vergessen, wo ich angefangen habe. Ich würde sagen, der ist far beyond. Also ich meine, wenn man weiß, welche Filme Oscars kriegen und wie sich das zusammensetzt mit den Academy Members, würde ich sagen, das gehört, also ich würde sagen, die verdienen eher den Lob des Spezialpublikums, weil ich fürchte, dass das große Problem in den USA ist, die verstehen halt überhaupt nicht den religiösen Hintergrund, weil die sind ja eher protestantisch-evangelikal geprägt und die werden diesen ländlich-katholischen Hintergrund werden die überhaupt nicht verstehen. Zum Beispiel, was viele nicht wissen, ist ja, dass noch bis vor wenigen Jahrzehnten waren ja Menschen, also Frauen, insbesondere Frauen aus katholisch-ländlichen Regionen waren ja die ungebildetsten Menschen, die es überhaupt gab. Also gemessen. Also keine Meinungsäußerung, das ist gemessen jetzt. Die hatten den niedrigsten Bildungsstand von allen Menschen und das spielt hier eine große Rolle und das können die Leute in den USA nicht wissen, weil die haben ja eher diese soziale Armut, die auch nicht aufgefangen wird unbedingt durchs Religiöses, sondern die können sich an andere Sachen retten, in Waffen und in Patriotismus und weiß der Teufel oder in die Südstaatenflagge, die sie dann vor ihrem ärmlichen Gebäude aufhängen oder in sonst irgendwas oder in musikalische bestimmte Richtungen und so. Also deswegen, ich weiß nicht, ob das bei den Oscars verstanden wird. Und auch die sehr, sehr feinen Anspielungen, zum Beispiel, dass das Kind halt das Vaterunser beten soll, das ist ja in den echten Fall sehr, sehr stark angelehnt, der stattgefunden hat und welche religiösen Folgen das dann hat, weil die, heutzutage ist das so, die Evangelikalen oder überhaupt die protestantischen Richtungen, die sind ja sehr Nutzen ausgerichtet, also das heißt, arbeite, dann belohnt dich Gott für deine Arbeit und das spielt ja hier jetzt keine große Rolle. Selbst die Mutter, die Schwiegermutter von der Hauptdarstellerin in dem Film ist ja im Grunde genommen total vernünftig und jetzt nicht irgendwie fanatisch oder insbesondere sagen die auch nicht, wir müssen arbeiten für Gott, sondern die Idee hier in dem Film ist ja, du musst arbeiten, um zu überleben, sonst hast du halt nichts zu essen. Also deswegen weiß ich nicht. Also ich fände es cool, wenn der Film sich in den ganzen Szenen für Fantasy, Horror und vor allen Dingen auch für sehr, 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 sehr gutes Filmmachen, Filmmaking durchsetzen würde. Also dafür ist das ein Lehr, also das, das könntest du als Lehrfilm auch für, hier in Deutschland heißt das, Film, Theater und Medienwissenschaften, also da könntest du das dafür einsetzen, dass du den Film dafür zeigst und da auseinanders, also aber ich fürchte, dass die, dass die Academy-Members von Academy Awards vielleicht das falsche Publikum sind. Es ist einer der wenigen filmisch perfekten Filme, die so in der Liga vom, hier Joker Teil 1 oder so spielen, also die einfach filmisch fantastisch sind, also das wäre der eine Grund und der andere ist, es bietet sehr viele Anknüpfungsstelle für, wenn du kriminalistisch interessiert bist, kannst du in die Ecke gucken. Wenn du an religiöser, Sozial- und Kulturgeschichte interessiert bist, kannst du in die Richtung gucken. Wenn du an Regionalgeschichte interessiert bist, kannst du das regionalgeschichtlich betrachten. Wenn du eher dich für Fantasy interessierst, kannst du überlegen, was von dem, was wir heute als Fantasy mit Spezialeffekten kennen, stammt eigentlich aus genau der Zeit, in der das hier ohne Spezialeffekte dargestellt ist und wird jetzt nur mit modernen Mitteln so als Erzählstrang aus vergessenem Grauen, so wie Cronenberg das zum Beispiel macht, in unsere Zeit reingeschwemmt. Also ich denke, es gibt wenige Filme, die so viele Anknüpfungsstellen bieten außerhalb des rein filmischen noch, also oben dazu. Das kriegst du quasi gratis noch dazu geschenkt. Das kriegst du quasi